Im letzten Jahrzehnt hat sich der Laufsport vor allem aufgrund der damit verbundenen gesundheitlichen Vorteile, der geringen Kosten und der leichten Zugänglichkeit zum beliebtesten Freizeitsport der Welt entwickelt. Damit einhergehend und basierend darauf, dass mehr Läufer als je zuvor auf den Straßen und Trails unterwegs sind, wird leider auch ein Anstieg bei laufbedingten Schmerzen und Verletzungen berichtet. Ich habe ein Experten-Team von Biomechanikern, technischen Ingenieuren, Industriedesignern und Fachleuten aus der Schuhindustrie zusammengestellt, um eine innovative Sandale zu entwickeln, die dabei hilft, Fußschmerzen zu lindern, Fußstruktur zu verbessern und dauerhafte Entlastung zu bieten. Der durchschnittliche Läufer macht während eines Marathons mehr als 50.000 Schritte und bei jedem Schritt wird der Fuß mit dem zwei- bis dreifachen des Körpergewichts des Läufers belastet. Daher ist es offensichtlich, dass der Fuß als Hauptakteur bei der Stoßdämpfung, Stabilität und Vortrieb beim Laufen der anfälligste Teil des Körpers ist. Auf der ganzen Welt berichten Läufer, dass die schmerzhaftesten Bereiche ihres Fußes der Fußballen und die Ferse sind. Bei herkömmlichen Schuhen haben vor allem der große und der kleine Zeh zu wenig Platz, um ihre natürliche Funktion als Anker und Stabilisator des Fußes zu erfüllen. Sie verformen sich und richten sich im Laufe der Zeit falsch aus. Das Designkonzept der Recover Toes Sandale besteht darin, die Zehenfreiheit zu bieten, die notwendig ist, um die natürliche Struktur des Fußes langsam und kontinuierlich wiederherzustellen und aufrecht zu erhalten. Bei der Entwicklung des Recover Toes haben wir das Konzept der Biomimikrie mit ihren Wachstumsmustern und Strukturen als Paradigma verwendet, um eine funktionale Lösung in Kombination mit einem organischen und dennoch minimalistischen Stil zu gewährleisten. In der gesamten Sohlenkonstruktion haben wir eine Schicht der neuesten Technologie Energy Return Form eingesetzt, um die Bereiche mit hohem Druck in der Ferse und den Fußballen zu reduzieren. In Kombination mit der einzigartigen Zehenbox und der Fußbettkonstruktion ermöglicht diese Technologie jedem Einzelnen seine Fußstruktur und Funktion schrittweise und dauerhaft auf natürlichen Wegen zu verbessern. Unsere Toe Ride Technologie unterstützt den großen Zeh, sich von den strukturell negativen Auswirkungen herkömmlicher Schuhe zu erholen. Die Konstruktion ist aus weichem und flexiblem PU und wird mit drei zusätzlichen Clips geliefert, sodass die Großzehe bei jedem deiner Schritte dabei unterstützt wird, sich auf natürliche Weise wieder gerade auszurichten und die ursprüngliche Struktur und Funktionen deines Fußes wiederherzustellen. Der Recover Toes von Joe Nimble. Der einfachste Weg, wie du deine Fußschmerzen vermeidest.